hallo und herzlich willkommen schön dass du dabei bist mein name ist bernardo wie schon mal angekündigt haben wir was vor und zwar möchten wir interviews machen überzeugnisse wenn du etwas besonders erlebt hast irgendwie im königreich gottes oder eine besondere bekehrung oder irgendetwas dass du gerne uns mitteilen möchtest oder wie auch immer veröffentlichen möchtest zur ehre gottes dann würden wir dich bitten dass du uns eine e mail schreibst kurz das zeugnis schilders oder vielleicht ein kleines video damit wir uns das angucken können denn wir haben vor dich einzuladen und ein interview zu machen wir haben jetzt demnächst auch schon jemand dabei wo wir ein zeugnis machen werden das wird so ein interview zeugnis werden und das ziel ist dass andere ermutigt werden dadurch vielleicht weil gerade jemand in der gleichen situation ist also wenn du etwas hast wir würden uns freuen dass es natürlich für die zukunft aber schicke so schicke uns das einfach zu unten wirst du die e mail adresse eingeblendet haben da kannst uns das video hinschicken oder eben auch das zeugnis schriftlich wenn irgendwas hast wir freuen uns darauf mach's gut bis zum nächsten bis zum nächsten tschüss